Wir fahren durch die Stadt, Highspeed-Mucke aufgedreht. Es dauert nicht mehr lange, bis wir wieder Blaulicht sehen. Polizeikontrolle mitten auf der Autobahn. Ich frag den Wachmeister, Selfie oder Autogramm? Fenster auf Bengalus raus, Ausnahme zu sein. Richtig schönen Bumpenrohrvergleich. 30 mm Bumpenrohre sind das. Und zwar hier haben wir von Leslie die El Monstro. Und die Zombie-Attack von Gao. Ich würde sagen, wir fangen an mit den El Monstro. So, El Monstro steht bereit. Erst einzeln, dann zwei zusammen. So, und jetzt die Gao-Zombie-Attack. Erstmal ein und dann schießen wir zwei gleichzeitig. Und doch hier habe ich ein paar Meter. So, das ist alles. So, ihr habt ihr hier. So, das ist ja das. So. Ich liebe Kika's. So, ich kann das nicht. So, jetzt mal einfach. So, ich mach das jetzt. So, dann geht es dochf. So? Also ich finde, GAU Zombie Attack haben gewonnen. Das sind richtig kranke Bombenrohre. Die sind wirklich echt heftig. Und zweiter Platz sind die dann die Leslie L. Monstro. Untertitelung des ZDF, 2020